Umgreife die Ringe so, dass die Knöchel der Hände Richtung Boden zeigen. Stelle bitte sicher, dass du die Schulter zu jeder Zeit tief und die Brust angehoben hältst. Am besten stehst du in einer leichten Ausfallschrittposition. Die Ellenbogen bleiben während der gesamten Übung ungefähr schulterbreit auseinander und halten diese Position. Drücke die Ringe gegen dein Körpergewicht von dir weg und senke dich auf dem gleichen Weg wieder ab. Untertitelung. BR 2018